Hallo, wir möchten euch herzlich einladen zu der Faust-Tagung, die vom 30. Juli bis zum 1. August stattfindet, dieses Jahr im Sommer. Und zwar möchten wir euch herzlich einladen von der Jugendsektion am Goetheanum, der Jugendsektion in Georgien und der landwirtschaftlichen Sektion zu dem Schauspiel Goethes Faust und gleichzeitig zu einer Tagung unter dem Titel Wir möchten die Erde verjüngen, die parallel und in Bezug auf das Theaterstück stattfindet, so dass ihr einmal Goethes Faust anschauen könnt und dann Vorträge ansehen, in Workshops das Thema bearbeiten und euch mit jungen Menschen weltweit verbinden könnt. Ja, ladet gerne alle eure Freunde, Freundinnen ein und wir freuen uns von euch zu hören. 1. 1. 3. 5.